Moin zusammen, es ist wieder SG-Fanfreitag und ihr wisst, nächste Woche Freitag ist Jakob Zement Cup, unser erster Auftritt in der Flens-Arena. Wir freuen uns darauf, ich hoffe ihr auch und wenn ihr dieses Trikot von mir handsigniert gewinnen wollt, postet unter diesem Beitrag eure Eintrittskarte für nächste Woche Freitag. Wir freuen uns auf euch, bis nächste Woche.